Hallo zur fünften Folge der Let's Play Serie. Wir sind gerade in der Story hier im Kapitel Nummer 1. Was die Story angeht, sind wir, glaube ich, relativ weit in diesem Kapitel Richtung Ende vorwärts gedrungen. Wir sollen inzwischen hier mit unserer Tycoon zum Jupiter in den Orbit fliegen. Da kriegen wir einen neuen Antrieb, weil den letzten haben wir geschrottet beim letzten Sprung. Und naja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Für den Moment haben wir hier aus den letzten Aktionen noch ein bisschen Wissenschaft geholt. Da ist gerade hier auch noch ein Forschungsschiff von uns und sammelt die Wissenschaft ein. Dann wollen wir uns doch mal langsam auf den Weg machen. Zumindest mal erstmal vielleicht. Wir sind ja noch auf dem Mond im Orbit oder im Orbit um den Mond, nicht auf dem Mond. Und bis zur Erde sind es erstmal nur 0,6 Zyklen. Das ist kein Problem. Unsere Batterien, die ich vorher auch zeigen konnte, aber okay, das ist jetzt erstmal nur ein sehr kleiner Rutsch. Die reichen, glaube ich, für über zwei Zyklen. Also an der Stelle ist es komplett unkritisch. Im Moment arbeiten wir jetzt hier gerade mit Batterie. Da unten sieht man es auch noch. 2,5 Zyklen reichen unsere Batterien. Also das ist gar kein Problem. Damit werden wir von der Erde dann auch zum Jupiter kommen. Aber wir müssen ja nicht die ganzen Sprünge auf einmal, naja, nein, das ist kein Sprung, die ganzen Reisen hier auf einmal machen. Immer stückchenweise von einem Planeten zum nächsten Planeten hangeln. Das ist schon besser. Einfach wegen der Energie. Weil wenn man denn, nehme ich jetzt, ist ein paar an der Erde im Orbit angekommen. Jetzt können wir auch wieder aufladen. Das ist deutlich gesünder. Ja, Sonde sehe ich hier gerade noch, aber ich habe am Ende der letzten Folge gerade hier nochmal groß rumgeguckt und habe eigentlich nicht mehr viele Dinge gefunden. Hier und da ist noch ein bisschen vereinzeltes Eisen, was da rumliegt. Aber ich denke, mit den Rohstoffen, die aktuell jetzt hier noch bergbauschiffseitig verfügbar sind, werde ich wohl auskommen müssen. Das ist ein Silizium, das, was ich habe. Mehr gibt es nicht. Das muss reichen. Und das heißt, wir haben noch ein bisschen Eis, was für mich eigentlich auch nicht die wichtige Priorität hat. Wir können das durchaus eigentlich auch so machen. Ich denke, ich werde das durchaus am Ende abbauen und auch noch ein bisschen Eis mitnehmen. Es ist aber erstmal nicht wichtig. Den Kohlenstoff, den werde ich natürlich auf jeden Fall noch holen. Oh, jetzt sehe ich gerade hier, unser Eisen geht inzwischen auch ein bisschen zur Neige, was wir hatten. Dann kannst du vielleicht mal, machen wir das mal so. Die anderen haben eigentlich auch alle nicht mehr viel zu tun. Naja gut, unsere Bergbauschiffe müssen wir mal sehen. Ich weiß gar nicht, wie sind das eigentlich? Sind die schon abgegrätet? Ich glaube noch nicht. Die sind alle auf 30, oder? 30, 30. Ja, naja gut, okay. Die kriegen irgendwann auch noch ein bisschen Erfahrung, die Crews. Und dann können sie 10% mehr transportieren. Aber das ist bei allen noch nicht der Fall. Ja, wir haben die Forschung hier eingesammelt. Ist auch gar nicht schlecht, wir haben Wissenschaftspunkte gekriegt. Das sollte genügen, dass wir hier auch die Abfallaufbereitung noch freischalten. Ach, eigentlich können wir im Moment noch da an der Erde bleiben. Das ist alles nicht ganz so dringend. Wie sieht es denn hier gerade aus von den Arbeitern? Das ist unkreatisch. Die Polymerapfinerie können wir aktivieren. Wir haben nur momentan kein Kohlenstofflager. Sehe ich das richtig? Ja, das ist korrekt. Na gut, kein Problem. Ich hatte ja ohnehin vor, den nächsten Sektor zu eröffnen. Ich würde sagen, wir machen das hier mal zum Kohlenstofflager. Aber natürlich jetzt viel zu viel Legierung. Aber das ist nicht schlimm. All die weil. Mal kurz Stopp. Machen wir das mal in aller Ruhe. Muss ja hier nicht unnötiger Hast verfallen. Weil wenn wir dann jetzt hier den nächsten Sektor aufmachen, dann brauchen wir 80 Legierungen. Und dann ist das an der Stelle auch schon wieder ein bisschen entspannter. Es ist ohnehin gut, dass wir momentan da eben gut Legierungen haben. Weil mit den 80 für das Öffnen ist es nicht getan. Wir werden weitere Legierungen brauchen. Da ist es ganz gut, wenn man ein bisschen was in der Hinterhand hat. Also ist das schon okay. Nahrung haben wir auch. Und ach na gut, schauen wir gerade nochmal wegen den 40 Arbeitern. Das ist ja auch wichtig. Die haben wir auch zur Verfügung. Okay, dann auf geht's. Sperre aufheben. Dann mal los. Allzu oft können wir das in diesem Spiel nicht machen. Wir haben sechs Sektoren. Jetzt haben wir den zweiten aufgemacht. Will heißen, viermal dürfen wir das noch machen. So eine Sektoröffnung, das will auch immer gut vorbereitet sein. Die Kosten, die wir hier haben, die werden auch immer weiter aufgehen. Da gibt es dann auch Technologien, die das noch ein bisschen verbessern. Ich glaube hier beim Schleusentor, die reduzieren die Kosten um 30%. Aber ich muss sagen, da ist auch so ein Punkt. 35 Forschung, die wäre es mir überhaupt nicht wert. Weil wenn ich sehe, ein bisschen Nahrung oder Leute, selbst Elektronik oder Legierung, völlig überflüssig das Teil dazu nehmen in meinen Augen. Also das würde ich ehrlicherweise nie tun wollen. So, Forschung. Jetzt haben wir eigentlich die Sachen von den Dingen, die wir in diesem Kapitel brauchen können, alle erforscht. Teilweise schon ein bisschen mehr. Und vielleicht doch mal in aller Ruhe nicht, dass der im Hintergrund gerade fertig kommt. Jetzt kann ich mir überlegen, was ich im nächsten Kapitel als erstes brauchen kann. Und das sollte ich dann jetzt schon erforschen. Und wie in der letzten Folge oder auch vorher schon erwähnt, das Ziel, das wesentliche nächste Ziel ist, das Technik-Labor hier weiter abzugrehen. Dafür muss ich Technologiestufe 3 erreichen. Und das heißt, ich muss diese drei übrigen Technologien und hier die vier Technologien, muss ich erforschen. Das ist der wesentliche Punkt. Das werde ich aber alles, diese, wie sind es denn, sieben Technologien, die werde ich definitiv nicht alle jetzt noch im Kapitel 1 mir holen. Ich glaube, die Möglichkeit hätte ich theoretisch durchaus. Es ist so viel Eisen da und Eisen ist ja das, was mich hier sozusagen hier da noch hält, indem ich die Reparatur machen kann. Also theoretisch wäre das wahrscheinlich sogar möglich, aber ich werde es nicht tun. Insofern, was brauche ich als erstes im nächsten Kapitel? Zwei Dinge sind das vor allem zunächst mal. Das sind die Exoskelette und das Tieftauchgerät. Das ist natürlich jetzt ein Wissen. Das kann kein Mensch ahnen, der nicht schon mal im Kapitel 2 war. Und auch hier von den Planungen oder sonstigen Dingen kann man das nicht erahnen. Es sind einfach Planetenquests, wo man die beiden Dinge braucht. Es sind nur 30 Forschungspunkte, wenn man in das Kapitel 2 reinkommt. Und die erst erforschen muss, ist es absolut kein Beinbruch, wenn man es noch nicht hat. Weil ich sage mal, mit den ersten ein, zwei Planeten hat man genug Forschungspunkte, um das dann erst dann zu holen. Ist also unproblematisch aus meiner Sicht. Aber wenn man es schon hat, dann ist man da ein kleines bisschen schneller und besser vorbereitet. Halte ich definitiv für sinnvoll. Die nächsten Dinge, die durchaus auch schon am Anfang hilfreich wären, sind dann die Fusionsstationen und Getreidefarmen. Also ich sage mal so, für meine Planung, wenn jemand sich da ganz anders aufbaut und anders plant, dann ist das vielleicht anders. Aber für meine Spielidee wären das die nächsten Technologien, die ich brauchen kann. Weil im Kapitel 2 wäre ich einfach meine Nahrungsherstellung oder sagen wir mal die Nahrungsproduktion, die wäre ich umstellen von den Insektenfarmen, die ich aktuell dafür nutze, auf eben die Getreidefarmen. Und um die Getreidefarmen betreiben zu können, brauche ich dann auch die Fusionsstationen. Nur ist das eine Sache, naja, das wird nicht gleich am Anfang vom Kapitel notwendig sein. Aber sicherlich relativ bald nach Kapitelwechsel. Ich würde jetzt trotzdem erstmal hier in das Forschungsschiff reingehen, weil, wie erwähnt, wichtig ist, dass ich die Technologien hier habe. Ich werde die aber nicht erforschen können ohne diese zwei sozusagen Technologieverbesserungen. Also fangen wir mal an mit den Exoskeletten hier. Und dann kümmern wir uns hier wieder um den Sektor. Das war nur ein kleiner Ausflug. Und dann wollen wir mal gucken, wie das hier an der Stelle weitergeht. Der bringt jetzt hier die Legierung ran. Na komm, kannst du gerade mal ein kleines bisschen schneller machen. Aber, komm hier. Das ist jetzt gerade nicht wirklich spannend. Die schaffen einfach nur die Legierung ran. Ansonsten passiert auf meinem Schiff eigentlich aktuell nichts. So, dann komm. Fünf Stück brauchen wir noch. Eins, zwei, drei. Und die zwei noch, dann haben wir es doch. So, dann machen wir jetzt erstmal Stopp. Um uns das dann in Ruhe anzugucken. Wir haben auch ein neues Quest gekriegt. Oder hier, naja, nicht wirklich ein Quest. Die Leute freuen sich, dass ein neuer Sektor freigeschaltet ist. Und ich kriege mal wieder 10% Vertrauensbonus. Was mir sehr gut weiterhilft. Weil ich war vorher schon bei 100%. Aber es ist egal. Man freut sich ja trotzdem, wenn die Leute einem vertrauen. Okay. So, dann wollen wir das hier mal wieder aufbauen. Erste Zeile ist wieder... Wobei... Warte mal. Wobei... Ne, das ist doof. Machen wir mal so. Setzen wir die erstmal hier rein. Die ersten Sachen, die sind... Nein, das war auch falsch. Sag mal, was war glücklich denn jetzt hier alles so. Ich brauche natürlich erstmal die Werkstatt. Die kriege ich auch frei. Ich kriege zwei Halden. Eine für Legierung und eine für Nahrung. Und ein Speisesaal muss ich auch noch setzen. Die vier Gebäude sind, glaube ich, sogar frei. Wenn ich die später wieder abreiße und dennoch umsetze, solange ich andere davon noch nicht gesetzt habe, kriege ich die auch kostenlos später nochmal wieder umgesetzt. Auch hier habe ich mir natürlich, so wie beim ersten Sektor, ein Ziel-Layout überlegt. Und da werde ich von Anfang an auch darauf hinarbeiten. Da sieht er natürlich am Anfang erstmal ein bisschen seltsam aus. Ich habe auch hier im Süden sozusagen wieder im unteren Teil, da werden wieder die Weltraum-Sachen kommen. Wobei, das ist in dem Fall diesmal sehr wenig. Hier drüben ist ja alles voll gewesen. Das wird hier nicht passieren. Ich werde hier nur so eine Schleuse bauen hier, Außenbordschleuse. Mehr gibt es nicht. Die anderen Sachen sind hier erstmal nicht wichtig. So, und dann zähle ich hier gerade mal, der wird auch so rumkommen. Muss ich gerade auch nochmal schauen. So viel Straße brauche ich nicht. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Muss er ja alles bauen. So, dann. Tja, wobei, ich werde die sowieso dann irgendwann abreißen. Andererseits kann ich sie eigentlich auch gleich halbwegs richtig setzen. Der, hier oben kommt der erste, hinten hier kommt der zweite. Dann hätte ich den hier. Und die Nahrung. So, okay. Kannst ja erstmal loslaufen. Ich brauche auch noch den Speisesaal. Na gut, komm hier. Machen wir den hier auch erstmal. So, Horst. Mach hin da. Ich glaube, den kriegen wir relativ schnell hingesetzt. Ich muss natürlich erstmal die Straße bauen. Das ist halt so. Kann man nicht ändern. Und ansonsten gucke ich gerade hier. Ich brauche natürlich den auch noch. Ist auch nicht so glücklich. Aber, naja. Wesentlich ist, dass ich relativ bald auch jetzt Unterkünfte kriege. Jetzt halte ich es gerade nochmal kurz an. Ist doch alles ein kleines bisschen zeitkritisch jetzt. Wenn man jetzt hier auf die Stabilität guckt, sieht man in der Liste ganz oben. Plus 10 durch das Öffnen eines neuen Sektors. Man kann leicht erahnen, dass ich diesen Bonus nicht Ewigkeiten behalten werde. Der wird irgendwann weggehen. Und wenn ich denn jetzt hier rumtrödele und nicht Dinge angehe, um das schon mal zu verbessern. Wenn der denn wegfällt, dann wäre ich denn jetzt nämlich eben bei Minus 3. Und das darf natürlich nicht passieren. Die wesentliche Sache, um das zu verbessern, auch das lässt sich leicht erahnen, ist die Minus 3, die ich durch Obdachlosigkeit kriege. Es gibt ja da drei Stufen bei der Obdachlosigkeit. Für 25 Prozent, 50 und 75 gibt es jeweils einen Minuspunkt. Will heißen, wenn ich die 40 Leute, die ich momentan habe, hier oder auch hier zu sehen, in Wohnungen setze, dann fallen die Minus 3 schon mal komplett weg. Dann wären wir also schon mal bei Plus Minus Null. Das ist ja auch dann schon mal nicht schlecht, was man denn erreicht hätte. Und wir kennen das zumindest ein wenig hier noch von dem anderen Sektor. Da wollte ich hin. Der oberste Punkt hier ist durch Hauptunterkunft optimierte Quartiere. Will heißen, wenn ich die Leute hier drüben in optimierte Quartiere stecke, dann geht nicht nur die Minus 3 von der Obdachlosigkeit weg, sondern ich kriege daraus durch sogar noch Plus 2 und dann passt das schon. Will heißen, die müssen schnellstens hier auch eine Unterkunft bekommen. Die werde ich sicherlich irgendwann wegreißen, weil das ist keine Stelle, wo ich die Unterkünfte haben will. Aber es ist egal, die sollen die erst mal bauen, damit sie mal was haben. Das gilt für eigentlich all die Dinge, die ich bisher hier gesetzt habe. Ich werde mit Sicherheit dann auch hier den Speisesaal umsetzen, auch die Werkstatt. Die Lager, die habe ich extra schon hier so platziert. Die werde ich auch später so nutzen können, wie sie da jetzt sind. Vielleicht jetzt nicht für Nahrung und Legierung, aber gut, das ist ja dann das geringere Problem. Du kriegst hier auf jeden Fall eine hohe Baupriorität. Klar, die Straße muss er da noch hinziehen, aber wenn er das geschafft hat, denn es geht ja leider erst mal noch nach hier, aber ein bisschen Zeit ist schon da, so ist es nicht. Fährt der denn jetzt hier hin? Das ist ja auch wieder spannend. Na gut, so, aber Straße ist angeschlossen. Jetzt brauche ich halt hier nur noch die 40 Legierungen und das geht natürlich dann ganz gut. Jetzt muss ich auch hier den Transfer einstellen von den Rohstoffen. Wir werden mal hier 50 als Basis für Sektor 1 lassen und da kann man eigentlich auch 50. Also, okay, passt. Nahrung haben wir auch schon in beiden Sektoren. Ich werde den mal hier in Sektor 1. Momentan haben wir hier volle Nahrungsproduktion in Sektor 1. Über kurz oder lang wird sich das aber grundlegend ändern. Sektor 2 wird mein Nahrungssektor werden. Ich werde hier eine komplette Nahrungsproduktion ausbauen, ausbauen, aufbauen, whatever. Und die Idee ist dann auch, sämtliche Insektenfarmen hier aus dem ersten Sektor zu entfernen und dann dort andere Dinge hinzusetzen. Soweit die Idee. So, jetzt hat sich die Sache hier, naja, wobei, die müssen das Häuschen, aber naja, gut, geht schon. Wir haben ja hier ein bisschen was an Legierung gehabt und deshalb war das unkritisch. Aber, ja, haben wir schon fast hier alles rüber transferiert. So, der ist da auch soweit. Na, das sieht alles super aus, denn können wir hier die Straßen schon mal weiterziehen um all die leckeren Rohstoffe, die hier so überall rumliegen, uns auch noch holen zu können. Kommt jetzt nicht drauf an, die Straßen kommen sowieso weg. Den werde ich hier aber in der Höhe lassen. An die andere Seite kommt natürlich auch wieder die Straße an der Außenseite. Die ist in meinen Augen auch doch relativ wichtig. Man weiß halt nie so genau, wie es auf der anderen Seite aussieht. Man hat hier vier Durchgänge. Da können durchaus einige blockiert sein durch eben hier die Zeug, was da rumliegt. Und naja, dann ist es schon gut, wenn man mehrere Optionen hat, um da auf die andere Seite zu kommen. So, haben wir jetzt schon alles rübergezogen? Wahrscheinlich ja oder auch nein. Wir werden sehen. So, das ist der Teil. Dann können wir jetzt schon mal anfangen, hier ein bisschen aufzuräumen. und die Tempo wären Dinge in feste Positionen zu bringen. Dann fangen wir mal an hier mit der Werkstatt, die an diese Stelle soll. Ich muss aber aufpassen hier. Ich habe hier nur 40 Leute, Arbeitskräfte, dass ich da nicht drüber wegmarschiere, weil auch hier gilt, die Bedingungen müssen auf optimal bleiben. Oder, naja, müssen. Es geht auch ohne das, aber es ist viel einfacher, wenn ich sie dabei halte. Und insofern werde ich das definitiv auch weiterhin versuchen. Es ist schon angenehmer so. So, dann haben wir ja irgendwo auch noch die... Das, die nächste Halde war schon richtig. Das wird dann meine neue Regierungshalde. Und dann haben wir hier drüben auch noch das nächste. Ich muss dann jetzt auch mal wirklich schon vorsichtig sein hier, dass da nichts passiert. Da kommt das Nahrungslager hin. Naja, mal sehen. So, jetzt haben wir aber eigentlich hier... Dann könnten wir eigentlich auch das Kriolager wieder anwerfen. Wir haben ja jetzt hier Platz, nachdem da 40 Leute raus sind. Jo. Kannst du wieder aktiv werden hier. Wir brauchen ja den Nachschub hier. Was baut denn der gerade? Also, die stehen alle hier auf. Auf, ich warte mal. Auf Bauarbeiter. Hm. Sollte doch eigentlich irgendwie... Die haben alle die Rohstoffe hingeschafft. Das ist ja gut. Aber dann muss auch einer hinkommen und das Ding aufstellen. Sind die hier schon im Streik? Gibt's doch gar nicht. Hm. Das ist aber seltsam. Habe ich irgendwo was übersehen? Gut, die sind hier auch noch am Straßenbau. Naja. Ach, diese Werkstatt, Leute. Ich glaube auch mit den Straßen, die machen das natürlich auch. Aber das ist eine Logik, die ich vermutlich noch nicht so ganz durchschaut habe. Das hängt glaube ich schon zusammen. Wenn eben hier solche Sachen gerade gebaut werden, in dem Moment machen sie auch keine Straßen. Aber ich hatte eigentlich... Na ja, gut. Das ist ja interessant. Wieder was gelernt. Aber es hilft ja nichts. Ich musste ja trotzdem die Straßen bauen lassen. Das ist ja auch wichtig. Und das hier ist genau genommen alles nicht zeitkritisch. Wichtig war, dass die eben hier schnell in ihre Wohnung kommen und hier ihren Speisesaal. Und das haben sie ja alles. Insofern ist das schon okay. Sollte in Ordnung gehen. Aber ich habe wirklich so das Gefühl, der macht erst hier in der gesamten Zone jetzt sämtliche Straßen, bevor er sich da wieder den Baustellen zuwendet. Das finde ich ja auch interessant. Vor allem verstehe ich es eigentlich deshalb nicht, weil es sind ja eigentlich in so einer Werkstatt dieser hier, die machen das ja. Das sind ja eigentlich fünf oder vier Leute. Okay, Entschuldigung. Vier? Achso. Das fand ich doch. Das waren fünf. Halde war fünf. Wir sind auch vier. Gut, okay. Weil, klar, einer baut Straßen. Was machen die anderen drei? Gewerkschaftspause. Frühstücken. Na gut. Gut, denn macht. Es ist ja kein wirkliches Problem. Dann warte ich das jetzt hier aber mal ab und schalte ja auch die Dinger hier noch nicht durch. Die sollen erst mal mir hier die Baustellen dahinsetzen. Fertigmachen hier. Ach, Leute. Ja, jetzt macht er die letzten Straßen auch noch. Das ist ja nicht übel. Na gut. So sei es denn. So, jetzt hat er es geschafft. Alle Straßen gesetzt. Fängt er mit der Werkstatt an? Ja, macht er. Das ist er hier. Komm, das ist er hier. Der hier. Das ist wirklich nur ein Arbeiter. Einer für die Straßen und einer fürs Bauen. Und ich frage mich nur, warum ich dann vier Leute hier habe. Baut Werkstatt, ja. Tja, neuer. Nun gut. Okay. Da gehen dann vier Arbeitskräfte rein. Jetzt sind wir bei 23. Zumindest mal kurzzeitig. So. Jetzt könnte ich die ja beide lassen. Aber naja, jetzt machen wir den hier weg. Dann ist das an der Stelle gerade gezogen. Dann macht er die nächsten hier. Ich glaube, das sollte eigentlich unkritisch sein. Material kann ich sie sammeln lassen. Ich dachte, ich habe den eben hier gesehen. Aber jetzt ist er da. Aber es könnte natürlich sein, den, den ich je gesehen habe, das war der von da oben. Na ja. Nun gut. Nun gut. So, da haben wir das Nahrungslager. Das ist super. Weil, dann können wir hier das Elektroniklager da draus machen. Das ist nämlich das eigentlich. Oh, wir haben den noch raus hier. Ja, ja, ja. Alles klar. So. Dann haben wir hier auch die Straße. Da war vorher was im Weg. Deshalb könnte ich die Straße nicht durchziehen. Denn es ist jetzt hier Legierungslager. Das habe ich schon so gesetzt. Das kann erst mal da oben noch Legierungslager bleiben. Dann werden wir die Straße hier auch hochziehen. Und die kann hier weg. Da haben wir dann nämlich noch fünf Lager. Geht vom Platz zufällig genau auf. Alles klar. So, dann werden wir mal hier weitermachen von der Planung her. Bevor wir hier mehr Leute zum Arbeiten rüber schaffen. Weil ich habe ja durchaus in dem anderen die Krio-Klinik da. Die macht ja da schon weiter. Da muss ich erst mal für Wohnraum sorgen. So, das heißt, wir haben hier drei und drei. Das ist das erste Häuschen. Drei und drei ist das zweite. Dann können wir hier die Elektronik absammeln. Die kann er dann da gleich mal reinlegen. Warum habe ich eigentlich so viel Legierung? Ich denke, das hängt mit meiner anderen Zone zusammen, die hier wirklich nach wie vor... Oh, ja, guck dir das an. Das ist hier jetzt volles Lager. Das ist nicht erstaunlich. So, und hier würde ich jetzt mal bitte den Kohlenstoff, weil das ist mir denn doch nichts. Ich brauche hier... Sicherlich muss ich demnächst noch einen Solarkollektor zusätzliche setzen, sonst wäre ich hier nicht hinkommen. Na gut, die Silizium hat er fast komplett hier geholt. Eisen liegt auch reichlich da. Wir müssen das da ja nicht übertreiben. Jo, da haben wir auch genug. Na gut, dann schaufelt das mal hier rüber. Ich meine, wenn wir hier so viel Legierung haben, dann sollte das hier ja alles recht flott gehen. Die Wohnung hier, die drei. Dann können wir mal hier schon weiter bauen, oder zumindest mal setzen. Hier kommt, wie erwähnt, der Außenbordschleuse. Kurz mal Pause, weil ich kurz dann doch... Erst mal mal Arbeit... Wobei, Arbeitskräfte haben wir ja egal. Komm ja, so, dann haben wir hier das Abhör... Datenabhörzentrum. Das soll dort rein. Und haben wir bei Fabriken, haben wir schon. Abfall ist auch da. Müssen wir noch einmal drehen. Passt wunderbar da rein. So, Pause. Pause. Okay. So, das ist dieser Teil. Die sind pausiert. Ja, gut. Ich muss halt aufpassen, dass hier... Jetzt kann ich die Dinger aber eigentlich alle hier holen. Das ist im Moment mehr Legierung, als ich brauche, aber das ist ja kein Problem. Ich kann die ja dann auch gleich hier unten reinstopfen, dass das sollte schon in Ordnung gehen. Aber wenn er die Wohnung da hat, ist das natürlich auch nicht verkehrt. So, jetzt haben wir durch die ganzen Auftauaktionen kommen natürlich dann viel mehr Leute. Und deshalb werde ich dann hier auch erst mal noch gleich mal zwei weitere Insektenfarm vorsehen. Zusätzlich zu denen hier. Im Moment habe ich ja hier sieben Stück. Das reicht für 350 Leute, aber wir sind ja jetzt schon bei 365. Im Moment hätte ich schon aktuell nicht genug Nahrung, aber mit den beiden bin ich dann bei 450. Und dann ist es wieder in Ordnung. Das muss schon sein. So, dann macht ihr aber erst mal da die Wohnung fertig. Hat ja hier unten schon was hingesetzt. Ja, machen wir mal ruhig. Priorität rein. Und hier auch Priorität. Dann haben wir zumindest mal für 4x3 120 Leute Wohnraum. Das Ding wird dann gleich gelöscht, so wie der fertig ist, was jetzt passiert ist. So. So, das Bergbauschiff hat Erfahrung gekriegt. Der hat sich schon upgraden können. Wunderbar. Das ist ja sehr schön. So, jetzt machst du den hier auch noch fertig. Das sieht super aus. Hier nehme ich mal den Strom weg. Und dann kannst du das bauen. 90 Legierung ist eine Menge, aber wenn ich sehe, was hier noch so rumliegt, dann sollte das eigentlich klar gehen. Da kann man eigentlich jetzt alles durchklicken. Ja, komm, mach den Raum frei. Das ist okay. Passt. Okay. Ich sollte schon mich um die Nahrung kümmern als nächstes, definitiv. Weil im Moment habe ich 7 pro Zyklus, 7 mal 535 und 35 ist kleiner als die 38. Aber gut, das ist das Schöne. Ich habe hier viel Platz und das wird, wie gesagt, ein reiner Nahrungsproduktionssektor. Ich werde auch ein bisschen Recycling hier reinhauen, weil das bringt eine sehr gute Symbiose. Die Nahrung und das Recycling, wenn ich denn da die Sektorspezialisierung dafür habe. Ja, wenn das dann interessant wird, ich werde dann vielleicht nochmal hier mein Bildchen zeigen. Aber im Moment sind wir da noch weit weg, also ist das egal. So, wir haben schon zwei Häuser. Ich könnte schon Leute rüberschicken. Boah, das werde ich wahrscheinlich auch machen. Hier ist er am Bauen, hier ist er fertig. Na gut, dann zeigt mal, was sieht es denn hier so aus. Ich habe 30 Arbeitskräfte, hätte ich frei. Wir haben auch Nicht-Arbeitskräfte. Ja, dann werde ich die jetzt aber auch mal mit rüberschicken. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Denn Wohnraum und Platz werde ich in Sektor 2 jetzt erstmal mehr haben. Wir nehmen auf jeden Fall mal 20 Arbeitskräfte rüber, von 1 nach 2. Und wir nehmen dann auch mal 20 Nicht-Arbeitskräfte. Ja, aber hier nehme ich wieder Platz. Das ist auch gut. Genau genommen, das Haus soll nämlich eigentlich wieder weg. Kurzfristig, äh, kurz, über kurz oder lang. Das war das Wort, was mir fehlte. Weil da sind ja eigentlich andere Dinge geplant. Und dann kriege ich hier nur 320 unter. Ja, komm weg. Passt. So. Na ja, aber im Prinzip ist das schon in Ordnung. Er taut weiter auf. Ich würde sagen, dann können wir jetzt auch mal hier weitere, ähm, Gliopods ranholen, ja. Eisen ist noch genug gerade. Da muss ich nichts nachholen. Den Kohlenstoff, den kann er gerne holen. Den kann er auch abbauen. Das läuft, glaube ich, gerade auch im Wesentlichen. Und dann können wir hier weitermachen, ja. Das sieht gut aus. Ähm... 60, ja. Jetzt sind sie da. Dann können wir den auch aktivieren. Gut. Und, äh, das müsste auch noch für den weiteren reichen. Ja, tut es auch. Dann können wir hier auch die Energie drauf geben. Passt. Ähm... Neun haben wir die auch noch. Moment, hier kommen noch acht und neun. Dann sind das 17. Dann bin ich bei 54. Ja, das geht auch noch. Aber, denn müssen wir wieder Dinge tun. Dann brauchen wir erstmal wieder neue Arbeitskräfte. Die müssen von drüben, äh, rüberkommen. Äh, jetzt haben wir hier schon für 120. Das heißt, wir hätten hier wieder 40 frei. Aber wir können nicht so viele Arbeitskräfte, gerade aus dem anderen Sektor, die haben wir da nicht zur Verfügung, äh, können wir nicht abziehen. Ähm, ich kann aber trotzdem schon mal weitere Wohnungen bauen. Das geht auf jeden Fall. So, dann können wir hier mal die überflüssigen Straßen wegreißen. So. Auch in Ordnung. So, im Moment sind wir natürlich hier im Minus. So, mal eigentlich im Minus. Arbeitsbedingungen. Achso, ja, wir haben ja bisher nur die eine Schleuse, ja. Wir haben natürlich die Minus 8 gekriegt, oben hier da bei, ups, Vorsicht, Entschuldigung. Äh, Rumpfabnutzung, äh, der neue Sektor, der hat halt, äh, an der Stelle Minus 8 gegeben. Äh, das haut natürlich erstmal kräftig rein. Äh, das ist so. Wenn man da eben nichts tut, dann ist so ein neuer, geöffneter Sektor erstmal doch, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, böse, äh, äh, von den, von den Werten und kann einem durchaus, äh, einiges zerhauen. Äh, aber wie gesagt, nur wenn man nichts tut, äh, weil wir werden es gleich sehen, wenn denn nämlich die neue Außenbordschleuse dort bereit ist, dann kriege ich so wie hier in der ersten Zone 24 plus an der Stelle, ähm, ähm, gut, vorausgesetzt, ich stelle auch Legierung zur Verfügung. Kostenfrei ist das Ganze nicht. Äh, äh, trotzdem, äh, äh, ist mit so einer Außenbordschleuse, denn ist es total einfacher, diesen Minus 8 Malus durch den offenen Sektor auszugleichen. Äh, also ist es mehr als ausgeglichen, muss man sagen. Äh, genau genommen braucht nicht mal jeder Sektor so ein Teil, aber ab und an sollte man sowas eben schon vorsehen. Ähm, so. Das heißt, wir sind im Moment hier bei, ja, aufpassen, jetzt ist die nächste Form aktiv, 45. 45 und mit dem kommen wieder 9 dazu. Äh, es wird jetzt aber auch schon eng mit der Energie. Da muss man auch schon ein bisschen jetzt Obacht. Wollen wir uns das mal gerade angucken, äh, wo wir da stehen, was die nächsten Kosten so sind. Ähm, wir hätten jetzt hier 45 und eine, äh, Elektronik. Äh, das sollte ich auf jeden Fall machen. Ähm, ich denke, ich werde sogar alle beide setzen. Das kostet mich denn insgesamt 90. Dann kommen wir hier 90 Polymer, äh, äh, 2 Elektronik ist auch kein Problem. Äh, dann haben wir das durch. Äh, wir haben ja auch inzwischen Kohlenstoff, sodass wir einen neuen Polymer dazu bauen können. Also sollte passen. Äh, für die Zeit, wo das denn gebaut wird, erst mal sammelt da hier das Material zusammen, ähm, haben wir natürlich ja das Problem, äh, dass da erstmal keine Reparatoren mehr sind. Äh, das wird jetzt, während die so Kollektoren gebaut werden, auch noch weiter runterrutschen. Äh, kräftig sogar, aber das ist kein Problem, weil je tiefer wir sind, umso effektiver werden ja denn die Außenbord schleusen. Und, ähm, denn, dann kommen sie ziemlich schnell wieder hoch. Also das sollte passen. Gut, ähm, machen wir hier doch mal gerade nach wie vor. Eisen ist nicht nötig. Nö, der kann weiter den Kohlenstoff einsammeln. Ich sollte nur aufpassen, weil ich habe ja eigentlich die ganze Karte hier, mehr oder weniger, naja, Karte, das Weltall, abgescannt. Äh, ich muss mit dem Kohlenstoff auskommen, den ich hier habe, wahrscheinlich. Ich glaube, da ist nirgends wo mehr was da. Vielleicht habe ich irgendwie noch eine Fitzelchen übersehen oder auch was Größeres. Das kann schon sein. Ähm, aber, äh, das muss reichen. Ähm, will heißen, ich werde wahrscheinlich, äh, keine, ähm, größeren Mengen an weiteren Solarkollektoren bauen können. Es wird vermutlich aber auch nicht nötig sein. Aber wir müssen uns das mal angucken. Es sind ja hier noch 55 Kohlenstoff da. Das ist ja eine Umwandlung hier 1 zu 1. Und wir haben hier auch noch 160. Das heißt, wir haben noch über 200 Kohlenstoff, was irgendwann auch über 200 Polymer ergibt. Ähm, wir können uns wahrscheinlich sogar, ja, stimmt, habe ich gerade nicht so ganz bedacht. Wir können uns auf jeden Fall noch mal zwei Solarkollektoren leisten. Da bin ich relativ sicher. Ähm, aber kurzfristig wird es nicht nötig sein. Aber wie man hier an dieser Anzeige erkennt, äh, die, äh, die nächsten beiden, die ich jetzt gerade in Auftrag gegeben habe, die waren dann schon nötig. Äh, sonst hätte ich hier gar nichts Neues mehr bauen können. So, dann wollen wir uns das mal weiter anschauen, hier, wie das aussieht. Ähm, wie erwähnt, jetzt rauscht das Ding ganz schön runter. Hier, Minus 36 ist halt schon fett und es kommt ja gleich noch ein zweiter Solarkollektor, äh, äh, Kollektor, ja. Jetzt sind wir hier aber schon auf einer sehr guten, auf einem sehr guten Weg. Jetzt sammelt er hier erstmal wieder das Material. Aber, ja, das geht in Ordnung. So, gut, Energieseite ist dann eigentlich geklärt. Das passt schon. Ähm, hier wird die Sache auch langsam, äh, kommt langsam zu einem Ergebnis. Er hat fast alles abgesammelt. Äh, es ist halt hier nur noch mal eine kleine Ecke übrig. Und, hier hat er, ist er wahrscheinlich auf dem Weg, eher nach Hause mit den Dingern. Okay. Haben wir den auch hier. So, der ist weg. Der letzte denn auch. Das ist ja alles recht vielversprechend. So, na komm, auf geht's. Haben wir den auch geschafft. Wunderbar. Dann kann das Teil hier weg. Wie sieht's denn aus mit dem? Och, der hat die Wohnung alle schon fertig. Meine Güte, das geht hier flott. Das ist ja unglaublich. Na gut, aber wir brauchen weitere Arbeiter. Wir haben nur noch sechs frei. Ähm, das Datenabwehrzentrum braucht aber nur drei. Oh, das kann ich schon aktivieren. Jo. Okay. So, dann können wir hier schon weiterbauen. Ähm, und wie war denn das? Das war hier auf diesem hier. Da habe ich dann die nächste Straße. Und, naja, jetzt muss ich ja warten, bis wir hier weitere Arbeitskräfte haben. Wir haben schon wieder ordentlich, äh, der ist sehr fleißig hier in seinem Kürtzentrum. Ich kann hier schon wieder 20 rüberschieben. Jo, das mache ich auch. Ähm, ich würde auch wieder 20 Lichtarbeitskräfte mitnehmen. die brauche ich da drüben zwar nicht, aber ich brauche sie eigentlich nirgends. Und, äh, im Sektor 2 werde ich perspektivisch einfach viel mehr Luft haben, weil ich da auch mehr, äh, also, was die Wohnung angeht. Deshalb nehme ich die da jetzt mal mit rüber, denn, ähm, nur Arbeitskräfte. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht verklicke. Aber, sieht ganz gut aus. So. Na ja, habt ihr ja hier gesehen, ich habe ja jetzt hier schon 240, äh, äh, Wohnungen für 240 Leute und das sind bisher nur 80 hier, aber das ist, ähm, nicht erstaunlich. Wahrscheinlich konnte man es schon ahnen. Hier soll die nächsten drei hin, aber die werde ich erst mal auf Pause setzen. Mach mal bitte. So, hier sind die, ach, das ist aber, dass wir so viel Regierung haben, aber na gut, das ist eigentlich auch, weil, äh, Wahnsinn mit dem, mit dem Eisen hier und das Stahlwerk, das produziert auch. Das geht so schnell hier gefühlt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist was kaputt. So schnell war das sonst eigentlich nicht vom Gefühl her, aber naja, es ist ja besser, es geht schneller, als man es gedacht hat, als langsamer, ne. So, sie liebt es hier. Ja, es sind die 20 Leute drüben, das ist gut. Und wenn die da drüben sind, dann heißt es, wir haben hier einiges frei und dann können wir nämlich weiter an unserer Nahrungsproduktion arbeiten. Das ist ja das Ziel hier. Komm mal her, eins, zwei, das wären erstmal hier fünf weitere Insektenfarmen. Natürlich baue ich die nicht alle auf einmal, sonst fliegt mir ja alles um die Ohren, was die Arbeitskräfte angeht. So ein Ding braucht ja immer acht Stück und ich habe zwar einige frei, ich hatte, um genau zu sein, weil hier sind die drei von dem weggegangen. Ja, sehr gut. Dann kommen wir hier, dann gehen wir mal hier gleich auf Propaganda plus zwei Stabilität. Alles klar. Plus vier. Ja, das ist, an der Stelle ist es sehr eng. Ja, ich würde mal hier an der Stelle, jetzt geht es mir nämlich an der Stelle gerade auf, wir werden den mal hier auch. Wo ist er denn da? Der soll hier hinten hin, den kann ich platzieren. Ich habe auch hier die Legierung und Elektronik auch, das sollte gehen. Dann haben wir auch das Zentrum für alternatives Leben, was zufälligerweise genau hier oben reinpasst. Wer hätte das gedacht? Aber das bauen wir jetzt erstmal noch nicht. Das ist ja auch erstmal plus ein Stabilität, die brauche ich nicht zwingend. Im Moment jedenfalls nicht. Es ist nur so, ich glaube es, ich kann hier, wenn ich denn einmal was gewählt habe, das kann man hier noch sehen, die momentane, das Dekret mit dem, mit der Werbung gerade, ich kann den ersten 15 Runden wieder ändern und deshalb, ja, demnächst soll dann nämlich hier die Abfall, das Abfalldekret kommen, deshalb wartet hier unten auch schon für die Zeit, die dann kommt, da wartet dann schon die Abfallentsorgung. Aber noch sind wir nicht so weit. Erstmal haben wir hier die Aufgabe mit der Nahrung, das ist das primäre Ziel. Und das geht eben nur so schnell voran, wie das Kylo-Zentrum hier zusätzliche Arbeitskräfte generieren kann. So, jetzt sind wir auf der sicheren Seite, das Ding kannst du hier hochziehen. Das will ich an der Stelle auch so machen, weil auch hier kriege ich dann demnächst natürlich das Abfalldekret. Aber im Moment bringt es mir noch nichts, deshalb mache ich es noch nicht. Hat ein bisschen Zeit noch. So, wir haben nach wie vor an der ist das alles. Sehr schön, dass es alles so wie es sein soll. Wir haben Kylo, na, Kylo ist reichlich hier. Aber naja, mal gucken, wie viel sollen wir denn? Naja, wir sollen sowieso noch 180 Dinger einsammeln, also an der Stelle passt das schon. So, da hat die Dinger hier gleich fertig, die zwei. Wir haben ja nach wie vor hier sieben. Jetzt haben wir hier vier, also elf, das sind wir im Moment für 550. Haben wir ausreichend Nahrung, aber ja klar, wenn die Insektenfarmen hier in Sektor 2 fertig sind, dann werde ich die natürlich hier abreißen. Insofern ist das, brauche ich noch mehr. Das werde ich auch weiter angehen. Komm mal her. Und zwar haben wir hier noch eine vorgesehen. Kann ich mir die noch? Nein, die kann ich nicht. Oh, gut, dass ich nachgeschaut habe. Das heißt, er kann die gerne bauen, aber ich kann sie noch nicht ans Netz nehmen, weil ich habe Arbeitskräfte nicht dafür. Ich habe nur sieben Stück und der braucht acht. Muss also warten. Aber na gut, das ist ja kein Problem. Jetzt würde ich vielleicht denn mal, ja, das ist auch noch, ich sehe hier der Zyklus, aber das passt gerade ganz gut. Wir werden gerade mal den Speisesaal umsetzen. Der soll nicht hier hin. Das war am Anfang schwer möglich, aber hier vorne wird irgendwann demnächst, aber das ist noch sehr lange hin, wahrscheinlich auch erst in Kapitel 2, hier werden denn die Getreidefarm entstehen in dem Bereich. Na gut, so, dann schauen wir mal. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Ich würde jetzt mal hier, weil das kriege ich noch gut rein hier, noch einmal mehr Nahrung. Und ich denke, du wirst auch Nahrung werden, ja. Ich werde hier viele Nahrungslager brauchen. Das wird eben die Nahrungsproduktion von meiner Station. So, was haben wir noch? Naja, wir können eigentlich zumindest mal die anderen geplanten. Ich mache mal kurz Pause, dass der da nicht irgendwo aus Versehen anfängt zu bauen. Eins, zwei, drei, vier. Straße. Masse. So. Und dann bitte alles posieren und dann gleich weitermachen und in Ruhe noch mal nachzählen. So. Okay. Also, wenn wir das hier alles haben, dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, vierzehn. Und das ist genau das Ziel. Mit 14 Insektenfarmen kann ich dann 700 Leute sozusagen ernähren. Das ist kurzfristig jetzt hier mein Ziel. Wahrscheinlich werden wir nicht unbedingt bis 700 gehen, aber so über 600 werden es wohl werden. Das wird schon notwendig sein. Ich kriege ja eben auch nach wie vor immer weitere Nicht-Arbeitskräfte mit dazu. Das heißt, um da ausreichend Arbeitskräfte zu kriegen, ja, das bleibt nicht aus. Da kommt halt hier noch was mit. Was macht er denn eigentlich jetzt hier? Gerade erstaunt. kommt überhaupt nichts mehr rüber hier. Achso, wir haben 50, das war wahrscheinlich durch den, ja, durch den Bau. Na gut, also, wie gesagt, das Abfalldekret, das wird denn das hier sein, aber solange ich da noch gar keine Verwertung habe, bringt das nichts. Und das bringt dann eben minus eins Stabilität und den baue ich schon mal vor, indem ich hier jetzt mal auf intensive Propaganda gebe, was mir zwei positiv Stabilität bringt und naja, dann passt das schon. So, hier haben wir auch unsere Weltraumspezialisierung, die man jetzt hier sehen kann. Klar, ich habe hier 30% schnelleres Laden und Entladen von den Andockbooken und hier die Rumpfoperaturen, 10%, die haben wir ja schon hier an der Stelle sehen können, hier die 2,4, die da durch Weltraumspezialisierungsstufe aufgeführt werden. Soweit, so weit, so gut. So, dann müssen wir mal gucken, ja jetzt, wie gesagt, da sind natürlich dann auch einige Legierungen reingeflossen und deshalb war für den Moment denn erstmal hier keine Produktion und naja, weil das so ist, dann hink es hier natürlich auch ein bisschen, aber jetzt hat er hier die letzte Legierung bekommen und da müssen wir mal schauen, wie sieht es aus, hier können wir wieder 10 abziehen, 10 können wir abziehen, naja, das passt und dann nehmen wir auch noch wieder, machen wir jetzt einmal 10,30, aber auch nicht 10 Arbeitskräfte in Sektor 2 und Nicht-Arbeitskräfte nehmen wir 30. Okay. So. Naja, jetzt haben wir bald keine, naja, weil es werden auch ständig neue Nicht-Arbeitskräfte kommen. Naja, werden wir mal sehen. So, also, wollen wir das mal hier noch abwarten, die 10 Leute, wenn die hier sind. Das reicht auf jeden Fall denn eben hier für die weiteren Sektenfarmen und auch für das Nahrungslager. Machen wir mal hier ein kleines bisschen Spät. So. Population Transfer Complete. So, wir haben 17 frei, sehr schön, dann können wir den hier auch aktivieren. Das sieht doch gut aus. Das Nahrungslager ist auch bereit und wir haben jetzt noch 4 frei. Das ist nicht viel, es reicht nicht für diese hier. Aber, warte mal, wir haben im Moment 4 mal 6 240, also Wohnungen brauche ich kurzfristig nicht. Dann würde ich sagen, ich nehme mal die hier vom Netz, die Teile, und baue die halt schon mal. So. Die drei Insekten fahren. Und, ja, da können ja dann schon mal die Legierung reinfließen. Und müssen wir mal sehen, wahrscheinlich irgendwo zwischendurch auf dem Wege werde ich dann auch mal wieder Wohnungen bauen müssen, aber im Moment bin ich ja da noch relativ gut dabei. Ich werde hier für die drei Farmen 24 Leute brauchen. Naja, mal sehen. Wie gesagt, im Moment 160 sind wir aktuell und ich habe ja noch 80 Luft, also das reicht an der Stelle erst mal auf jeden Fall. Da sind schon wieder zehn bereit, ja. Naja, komm her. Wir müssen ja nicht immer Arbeitskräfte hinzüllen. So, gucke mal da, unsere Eisen geht zu Ende, da können wir mal wieder hier, oder, nee, der macht die hier, das kannst du. Die Eusi kann das mal machen. Hier sind Void Vector holt die letzten Kohlenstoffe rein und Hermes ist fleißig beschäftigt mit Kryo-Kapseln transportieren, ja. Okay. 415 sind wir schon. So, wir haben hier, ja, passt. Okay. Sieht auch gut aus. 6, naja, das reicht immer noch nicht für ein, aber mit den nächsten 10er-Block sozusagen, könnte ich dann alle beide aktivieren, ja. Ich würde sagen, ich mache mal hier Priorität und dann lasse ich ihn direkt mal die nächsten Sachen ins Haus schaffen. Wir haben hier schon wieder 10 bereit, alles klar. 10 Arbeitskräfte von 1 nach 2. Was muss man uns da nicht verklicken? Das geht schnell. Ach, ich bin hier schon wieder voll. Ich würde gerade sagen, warum kann der denn hier nicht? Aber ich muss nicht erstaunen. Naja, warte mal. Da würde ich denn denken, zeig mal, wie teuer ist denn das Ding, 60 und 2 und 2. Ja, wir machen das denn so mal. Alles klar, einmal und zweimal. Es kommen hier auch noch weitere Farmen im Sektor 2 ans Netz und das mal da erst gar nicht irgendwo knapp werden, denn lass uns das mal hier weiter transportieren an der Stelle. dann kann er hier auch weiterbauen. Wir haben momentan noch Kohlenstoff gelagert, aber den haben wir dann bald fertig. Das heißt, im Moment wären dann eben hier nur noch Eis und Eisen abzubauen. So, wir haben hier inzwischen auch die Leute, das passt, dann können wir den auch wieder aktivieren. Sehr schön. Und hätten jetzt noch 8 frei, der kann also direkt auch angeschaltet sein, ja. Soweit so gut. Aber dann sind wir eben hier komplett. Reicht ganz genau. So, na gut, dann werde ich das hier gerade mal kurz noch abwarten. Der Solar, das eine Solarpanel, was wir noch oben anbauen an unser schönes Raumschiff, die sind auch gerade mit ihren Dekreten gleich fertig, was aber nur teilweise was bringt. Muss wir mal sehen. Naja gut, doch eigentlich könnte ich denn schon demnächst ja vielleicht mal die Sache mit dem Abfall aktivieren. Ich habe zwar hier keinerlei Abfallerzeugung, aber hier haben wir schon einige Sachen. Bin ich inzwischen denn natürlich von meiner Nahrungsproduktion habe ich inzwischen gigantische Mengen. Lass mal kurz zählen. So, das sind hier die bekannten sieben und hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und wenn der dann durch ist, acht, fünfzehn, das ja, das ist mehr als reicht nicht, viel zu viel, aber ja, okay, ist kein wirkliches Problem, damit könnte ich jetzt schon 750 Leute ernähren, aber es ist ja ohnehin nicht geplant, dass das zusätzlich ist, ich werde jetzt denn hier auch anfangen, die Insektenfarmen im ersten Sektor abzureißen, weil ich sie nicht mehr brauche, aber eher eins nach dem anderen, noch sind wir an der Stelle nicht so weit. Jo, aber ich denke, für diese Folge wären wir denn für den Moment, glaube ich, soweit, das soll denn erst mal wieder genügen, wir haben ja den zweiten Sektor eröffnet und es sieht auch schon ganz gut aus, er ist noch nicht fertig, aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was zu tun haben, das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat und ihr das vielleicht hilfreich oder interessant findet, lasst doch gerne einen Daumen oder ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge.